Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück. Ähm, ja, einen neuen Wagen werde ich mir wahrscheinlich noch nicht so holen können, ne? Dafür reichen die Moneten wahrscheinlich noch nicht. Ey, guck mal an, das Ding ist noch in. D Mark F. Ha! Was ist denn der Benz hier überhaupt? Klasse B. Klasse A könnte man dann wahrscheinlich als nächstes gut gebrauchen, ne? Vielleicht ein Camaro? Wären Ziel, ne? Boah, 50.000, ey, alter. Das, äh... Firebird ist halt echt kacke. Den Fehler will ich nicht machen. Jago ist noch teurer, ne? Ja, das war klar. Ich glaub der Bonus Camaro war besser wie der normale und, äh... Ja, naja gut. Wollen wir erstmal Kohle verdienen hier. Wir fahren halt. In der Hoffnung, dass der nicht aufgemotzte Benz hier auch reicht, um die abzuziehen. Bei der Pontiac Firebird ist ja kein Problem, ne? Das geht easy. Das fängt jetzt auch noch geil, ne? Drei, zwei, eins, los! Na, schauen wir mal, wie's läuft hier. Das fährt sich natürlich scheiße, ganz klar. Dazu fahren die auch noch wie, keine Ahnung, hier. Otze. Aber ich krieg's hier, okay. Alles easy, soweit. Das fährt sich jetzt wahrscheinlich so ungefähr wie Snowy Redge. So ein bisschen. Schmierseife, überall Schmierseife. Aber gut, ist ja machbar. Schlitter. Ach, komm mal. Ach, komm mal. Ach, komm mal. Des fergrohe, komm mal. O William Cornow. throughout Android, Hier fällt sich entire op, unter Testing killer. Ach, komm mal, Schmierseife, думаю, ゆ técn Haynes wie früher wohl auch Olympic, oder? Oh, yeah. Aber geht. Den kriegt man ganz gut im Griff hier. Letzte Runde. Dann wollen wir mal gucken, wenn ich hier mit einmal so durch bin, irgendwann, dann werde ich mich bei Hot Perce 2 vielleicht noch mal beisetzen. Da waren ja auch noch einige Rennen offen. Ab jetzt gerade wenn, dann wieder mehr Lust auf Rennspiele gerade als diese Ballastspiele. Aber keine Sorge, Max Payne wird weitergehen. Zum Beispiel. Das ist jetzt so, ja, das läuft jetzt gerade ziemlich gut hier. Besser wie eh und je ich das jemals zum Laufen bekommen habe. Und jetzt habe ich da richtig Lust drauf, weil ich das früher auch immer nur irgendwie angespielt hatte. so in Windows XP Zeiten halt, ne? Zuletzt. Jetzt macht das natürlich gerade richtig Laune, ne? Du musst nicht mehr abstürzen und sowas. Da muss man dann halt ran an die Buletten. Das geht nicht anders. Tolle Runde. Gratuliere. Sie sind jetzt bestätig. Das war's schon. Na gut. Langweilig. So, da muss ich erstmal kurz verantworten. Dass es immer so ist, es gibt Leute, da antwortet man gerne direkt und es gibt Leute, da wartet man, ne? Ja, die können warten. Komm, dann zeig mal, was er könnte, ja. 3, 2, 1, los! Yikes. Okay. Normalerweise springt man da immer, aber nur gut. Mit dem Benz hier nicht. Okay. So, let's go! So. Well, of course we fear. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Irgendwie kurios, aber na gut. Whatever. Weiter geht's, Durham Road. Oh, die Strecke habe ich gehasst früher. Mittlerweile finde ich sie ziemlich nett, aber naja. Ja, das umgeschaltet ist nicht so geil auch für die Aufnahme, nicht? So soundtechnisch, wenn nicht dann quasi. Gucken wir mal. Durham Road, habe ich früher nicht so gemocht. Zwei, eins, los! Oh, heutzutage finde ich eigentlich echt cool. Ja, was versuchst du denn da, hm? Ja, macht man. Okay. Funches. Okay. Okay. Oooh Oh No Okay. Okay. Okay Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020